Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 23. Juli. Heute haben wir dabei WhatsApp, Slack, Uber, Airbnb, Elon Musk und Freenet Funk. Beginnen tun wir mit WhatsApp. Bislang ist WhatsApp ja eine relative Smartphone-Sache, sprich auf Smartphones kann man WhatsApp natürlich nutzen, installieren und man kennt es seit, was weiß ich, wie vielen Jahren. Aber neben den Smartphones gibt es eben auch noch die Feature-Phones, die klassischen Handys mit einer 10er-Tastatur und mittlerweile durchaus auch schon farbigen Displays, aber die sind natürlich total abgespeckt, haben aber immer noch einen riesigen Markt, gerade in Schwellen- und Dritte-Weltländern. Und einer der größten Betriebssysteme ist dabei das KaiOS. Und das wurde zum ersten Mal im letzten Jahr, im September 2018, auf dem Geophone in Indien installiert. Und mittlerweile wurden bereits über 100 Millionen Telefone mit KaiOS ausgeliefert. Und ab dem dritten Quartal werden diese dann auch mit WhatsApp direkt ausgeliefert. Ist auf jeden Fall ein guter Wachstumsmarkt für WhatsApp. Und somit können die auch in diesen Ländern entsprechend den Dienst nutzen. Nicht in den Schwellenländern, aber in der westlichen Welt und ganz besonders im Tech-Business wird sehr gerne und sehr oft Slack benutzt. Das tue ich unter anderem auch und habe auch selber gemerkt, dass die Desktop-App von Slack nicht so richtig geil und performant ist. Im Vergleich zur App zum Beispiel auf dem iPhone. Und das hat auch Slack erkannt und deswegen wird es jetzt in den nächsten paar Wochen ein Update geben für die Desktop-App. Und die soll die auf jeden Fall effizienter machen. Diese soll dann eben 33% schneller sein. Man soll viel schneller in einen Call hüpfen können mit seinen Kollegen und zwar 10 Times schneller. Und es soll auch 50% weniger Speicher verwendet werden, wenn man entsprechend damit arbeitet. Das ist auf jeden Fall ein guter Schritt, denn ich glaube gerade in Unternehmen wird auch oft mit der Desktop-App gearbeitet und eben nicht mit der normalen Smartphone-App. Ich bin auf jeden Fall da sehr gespannt. Einen anderen Dienst, den ich auch sehr gerne und sehr oft nutze, ist Uber. Und ja, neben dem klassischen Ride-Sharing, wo man sich praktisch ein Uber als Auto, als Taxi-Ersatz ordert, hat Uber ja mittlerweile noch mehr Dienste. Zum Beispiel Uber Eats, wo man sich Essen bestellen kann oder die Jump-Fahrräder und E-Scooter. Und jetzt experimentieren die mit einem Monats-Abo. Und das Monats-Abo, das kostet dann beispielsweise in San Francisco 24,99 Dollar. 50 Cent, darin hat man einen Discount auf die Fahrten mit Uber-Autos, kann sich umsonst Uber Eats liefern lassen, zahlt also entsprechend keine Liefergebühr und kann umsonst die Bikes und E-Scooter verwenden. In anderen Städten haben sie teilweise auch andere Preise, mit denen sie experimentieren und natürlich auch einen anderen Mix der verschiedenen Dienste. Und ich finde das auf jeden Fall spannend und ja, hätte ich hier die ganzen Uber-Dienste bei mir hier in Dortmund, da fände ich so einen Preis von 24,99 Dollar durchaus okay. Und dass der sich auch für einen rechnen könnte, gerade auch wenn entsprechend ja hier die Bikes und E-Scooter komplett mit drin sind, dann ist das ja praktisch eine Flatrate. Finde ich gut und mal sehen, wo da die Reise hingeht. Und der nächste Dienst aus der Sharing Economy, den wir heute dabei haben, ist Airbnb. Das ist ja da, wo man halt seine Wohnung an andere Personen vermieten kann. Mittlerweile auch schon sehr professionalisiert. Viele Wohnungen sind ja auch noch zum Vermieten da gelistet. Und dadurch, dass es etabliert ist, benutzen auch viele Geschäftsreisende mittlerweile Airbnb. Ich mache das zum Beispiel auch. Und da hat man natürlich ganz andere Ansprüche anstelle einer normalen Unterkunft, wo man zum Beispiel Urlaub macht. Und dem trägt Airbnb jetzt auch Rechnung, denn es gibt neue Suchfunktionen für Geschäftsreisen. Da kann man entsprechend zum Beispiel filtern, dass das Apartment halt in dem Gebäudekomplex beispielsweise eine Wäscherei hat. Oder dass man vorbereitet ist, wenn man einfach irgendwas zum Essen in die Mikrowelle hauen will und irgendwie keine Küche zum Kochen braucht. Also ganz unterschiedliche Sachen, weil eben andere Ansprüche. Und auch das finde ich einen guten Weg und bin gespannt, das auszuprobieren. Und natürlich keine Woche im Prinzip vergeht ohne Elon Musk. Und auch da gibt es Neuigkeiten, denn es gibt ja Hyperloop. Das ist ja die Tunnelstrecke, die Elon Musk mit der Boring Company bzw. SpaceX da halt auch umsetzen möchte, damit man schnell und effizient von A nach B kommt. Und da gab es bisher schon neben dem Firmengelände von SpaceX eine Dreiviertelmeile-Testtunnel, wo man halt auch Competitions gemacht hat mit Studenten, die da dann gucken konnten, wie sie am besten da die Röhre ausnutzen. Und da hat jetzt Elon Musk auf Twitter bekannt gegeben, dass im nächsten Jahr die nächste Competition startet. Und dann wird es eine 10 Kilometer Vakuumröhre geben und mit Kurve. Denn bislang war es einfach nur gerade Strecke. Und ja, da bin ich mal gespannt, wer da im nächsten Jahr mitmacht. Wenn ich mich recht hinsehe, in der Vergangenheit waren die Deutschen da glaube ich auch dabei und auch gar nicht mal so unerfolgreich. Ja, was aber jetzt nicht so erfolgreich ist, das ist Freenet Funk. Das ist ein neuer Mobilfunktarif, der von Freenet gelauncht wurde vor ein paar Monaten, also im Mai. Und der heißt Funk und der verspricht ganz viele Daten für ganz wenig Geld. Und man kann halt jeden Tag seinen Datentarif ändern, entweder 1 GB für 69 Cent oder unlimitiert für 99 Cent. Kann dann auch 14 Tage pausieren, also spottbillig sozusagen. Und eigentlich waren die Probleme da schon vorprogrammiert, würde ich sagen. Denn jetzt ist es passiert, die ersten Nutzer werden gekündigt, weil sie den Dienst zu aktiv nutzen. Und darauf hätte man auch selber kommen können. Denn es gab Nutzer, die haben halt in der Zeit, in zwei Monaten 1,39 TB an Daten übertragen. Oder ein anderer Nutzer, der hatte nach 25 Tagen 500 GB Datenverbrauch. Und denen wurde jetzt einfach gekündigt. Die Foren und Facebook und Co. sind voll mit Beschwerden. Und mittlerweile wurden auch die AGBs angepasst. Und da soll jetzt verhindert werden, dass man einen LTE-Router einsetzt und somit noch mehr Daten verbraucht. Tja, schauen wir mal, ob das noch wirklich Bestand haben wird. Und ob Freenet Funk dieses Jahr überlebt. Oder beziehungsweise wie es dann am Ende des Jahres dasteht. Denn auf Dauer kann das irgendwie nicht funktionieren. Auf jeden Fall in meinen Augen. Ich habe das auch mal ausprobiert. Ja, habe aber irgendwie, wollte es als Backup-Karte für meinen normalen Tarif nutzen. Oder wenn man mal streamen wollte von der Veranstaltung. Habe es dann auch so eingelassen, weil es mir mit der App nicht so gut gefallen hat. Ich habe mir das einfacher vorgestellt mit dem Hin- und Herwechseln. Ja, das war es dann auch schon für heute, für Dienstag. Ich sage, habt einen schönen Tag. Bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.